Hallo zusammen, ich bin Sebastian vom Technik Loft und willkommen hinter den Kulissen mit einer abgefahrenen Kamerafahrt. Heute geht es um Gadgets für Content Creator, auf die ich jetzt auch schon angesprochen wurde auf Instagram. Und die findet ihr hier in meinem Video Hintergrund vom Dark Setup im Erdgeschoss. Starten wollen wir heute mit diesem geilen Teil und da muss ich erstmal Jojo von Flashbox danken, denn der hat mir dieses coole Teil zur Verfügung gestellt und das ist das Timeskate von D-Woom. Und ihr könnt hier schon sehen, das sind im Endeffekt, ja ich würde sagen 5 LCD Displays, die man sonst beispielsweise in einer Smartwatch finden würde, ja in einem smarten Gadget vereint. Und ich finde das sieht verdammt cool aus. Es ist sehr futuristisch, gibt es in zwei verschiedenen Farbversionen, einmal in diesem Orange-Silber oder ich glaube sogar in einem Rosa-Silber. Und man kann dann ganz verschieden, sag ich mal, diese Displays konfigurieren. Ich muss allerdings sagen, die meisten Konfigurationen waren mir persönlich viel zu bunt. Und insofern gibt es, sag ich mal, dieses eine Setup, was ich richtig geil finde und das ist, dass man hier links die Uhrzeit hat und das Datum und dann in der Mitte einmal so einen YouTuber-Abonnentenzahl und daneben dann, sag ich mal, die kompletten Aufrufzahlen des Kanals. Man kann da auch verschiedene Kanäle hinterlegen, dass er so ein bisschen durchswitcht. Und dann rechts haben wir nochmal die aktuelle Temperatur. Heute haben wir hier in Wuppertal 7 bis 9 Grad und 86 Prozent Luftfeuchtigkeit. Was haben wir noch? 3 kmh Windgeschwindigkeit und 10 Visibility. Also ich schätze mal, wir haben keinen Nebel. Sieht ganz gut aus. Ja, und dieses Gadget ist einfach super geil. Man kann das mit einer App von DeWoom auch konfigurieren. Das heißt, das geht alles über WLAN. Funktioniert sehr einfach und man kann von sehr vielen verschiedenen Designs wählen. Das war das Design, was mir sehr gut gefallen hat. Man kann es aber beispielsweise auch für andere Social Media Kanäle verwenden, wenn man jetzt beispielsweise kein YouTuber ist, sondern vielleicht auf Instagram oder TikTok seinen Content produziert. Preislich liegt dieses Teil so um die 120 bis 130 Euro. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und somit geht es auch schon weiter, denn hier haben wir das zweite Gadget. Und das hat leider nicht so einen geilen Namen, denn das ist die Ulanzi T001. Ich nenne sie die Ulanzi Smart Clock, denn ihr könnt hier schon sehen, die kann unter anderem auch die Uhrzeit anzeigen. Und sie switcht sozusagen aktuell durch ein Programm mit verschiedenem Content, wie ihr es hier unten sehen könnt. Das heißt, wir haben die Uhrzeit, wir haben jetzt das Datum hier. Gleich folgt was anderes. Ich weiß nicht, ob es schon die Abonnentenzahl ist. Müssen wir eine Sekunde warten. Und somit kann man hier, sag ich mal, durch alles durchgehen. Man hat allerdings auch die Möglichkeit zu sagen, nein, man möchte jetzt zum Beispiel nur die Abonnentenzahl sehen. Dann heißt, man drückt dann einmal hier auf die Taste, dann piept es und jetzt wird die ganze Zeit die Abonnentenzahl angezeigt. Und man kann hier natürlich auch andere Social Media Kanäle hinterlegen. Es muss nicht YouTube sein, es kann auch TikTok, Instagram sein. Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese Uhr oder dieses Gadget in der ersten Malen Konfiguration deutlich komplizierter als die WOOM ist. Denn da muss man mit Google APIs für Abonnentenzahlen usw. hantieren. Man hat nur ein Webinterface und keine App. Teilweise auch auf Chinesisch. Also ist ein bisschen schwierig, aber es gibt einen riesen Vorteil. Erstens kostet das Teil nur um die 40 Euro. Und es hat sogar einen eingebauten Akku. Das heißt, es hat hinten einen USB-C-Anschluss und einen integrierten Akku. Das heißt, man kann es so für zwei, drei Stunden auch mal ohne Netzteil nutzen. Und das ist natürlich sehr cool, wenn man es einfach frei irgendwo im Hintergrund platzieren möchte. Bei dem DEWOOM ist das nicht der Fall. Da muss immer ein USB-C-Netzteil angeschlossen sein. Ja, und ich finde es einfach super, weil es erstens super gut lesbar ist. Also man hat halt keine Probleme mit Reflektionen, wie es zum Beispiel bei dem DEWOOM ist. Und vor allem für den Preis ist das natürlich der Oberhammer. Und ich habe mich sehr gefreut, als das rausgekommen ist, weil es mich sehr an die, ja, eigentlich so die Ursprungsversion erinnert hat. An die Lammetric Time. Das war so, sag ich mal, die erste Pixel-Grafik-Uhr, die zum Beispiel YouTube-Abonnentenzahlen anzeigen konnte. Die war aber mit über 200 Euro immer sehr, sehr teuer. Und als Olanzi dann diese Version für 40 Euro rausgebracht hat, habe ich gedacht, das muss ich mir anschauen. Jetzt habe ich sie schon sehr lange. Und ich finde sie einfach super. Wir haben hier oben auch nochmal einen kleinen Lichtsensor. Und man kann zum Beispiel in dem Web-Interface auch hinterlegen, dass die Uhr beispielsweise von 23 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens komplett ausgehen soll. Dass man dann, sag ich mal, nachts nicht geblendet wird. Oder beziehungsweise, dass sie nicht die ganze Nacht durchläuft, ohne dass es, sag ich mal, nötig ist. Und man kann auch verschiedene Helligkeits-Level festlegen. So, doch relativ viel erzählt zu diesen beiden Gadgets. Aber ich muss sagen, ich finde die einfach beide mega geil. Machen sich super cool auch im Hintergrund. Und insofern, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst die gerne unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.